Was sag ich denn, was sag ich denn, aber ich bin mir sicher, dass ich nicht viel sagen brauche, sondern wir machen das ganz in Gedenken von Hirsch, das heißt, ein halbes Bier trinken, lustig sein, ein bisschen Gaudi machen, drei, vier halbes Bier in der vierten Stunde. Und auch sonst ein schöner Abend machen, sodass man hinten alles sagen kann und Mensch, das hat sich rentiert. Und drum machen wir gleich ein Stiegle, dass wenn der Hirsch immer gespielt hat, das wäre ein Pfeinheit und Pantik und das wäre ein Erinnern, erinnert uns auch, zum Hänzen natürlich die Stiegle, ein Weidlerherz. Und jetzt alle! 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 Dies ist mein Hoher Land, die Macht von Gottes Hand. Dies ist mein Hoher Land, die Macht von Gottes Hand.